halli hallo mein lieben homies willkommen zu einem weiteren video von cdr so ab zum zweiten rennen er gesagt zum zweiten relikt ich hoffe es klappt jetzt auch beim ersten mal bis jetzt kommen wir ganz gut durch ich hoffe euch geht es allen gut das ist immer das wichtigste und dann schauen wir mal ob wir es schaffen oder nicht machen sie jetzt hier reinsetzen meine damen und herren schaffen wir es oder schaffen wir es nicht ich hoffe das klappt direkt beim ersten mal das ist echt nerven auf rein das ist eins was mir keinen spaß macht diese kisten einsammeln aber jetzt soll ja auch nicht komplett alles auf einfach einfach sein eine kleine herausforderung muss ja oder werden so schauen wir mal fangen wir mit der zwei jahren ja da müssen wir leider um die krisse nach oben dran zu kommen aber meine ich fahre schon wieder an in der kiste vorbei er meine nun ist das habe ich drauf ne aber ihr lacht vielleicht macht das mal selber und ich schwöre ich habe alles gefahrt selber öfters an so eine kiste vorbei es ist einfach so schon mal nicht schlecht was schon mal nicht schlecht und der oge geht immer schön rum wäsche wir wollen jetzt mal den turbo boost bis jetzt läuft das noch wie ich da nicht jedes mal fahre ich an die kiste vorbei verstehe ich nicht verstehe ich absolut nicht Naja, so schlecht sieht es bis jetzt nicht aus, oder? Ah, eigentlich sieht es ja voll kackt aus. Mann, Mann, Mann. Ich bin so ein Dumpfdödel, ne? Ich bin so ein Dumpfdödel. Wir sollen mal in die Mumis. Ich sag mal so, das wird knapp. André hat jetzt ne 2 gesammelt, ich sammel ne 1. Weil das einfach für mich zu leicht ist. Natürlich nicht. So, zack, zack. Oh Mann, Mann. Wohl ja, wir haben es geschafft. Also das ist auf jeden Fall schon mal nicht meine Strecke. Guck mal, in der ersten waren wir über 10 Sekunden besser. Aber die war schlecht, ne? Aber ist egal. Wir haben es geschafft und das ist am wichtigsten. Mann, Mann, Mann. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch holt, dieses Spiel, macht erst eine Welt immer komplett fertig. Dann seid ihr auch mehrmals die Strecken gefahren und wenn ihr dann im Online-Modus reingeht, habt ihr dort viel besser drauf, als wenn er jetzt gegen jeden, also erst gesagt, die ganzen Rennen macht und dann immer gegen jeden den Boss kämpft. Macht alles komplett fertig. Wir haben unser Relikt. Sehr schön. Du hast ein Relikt. Ja, wir haben ein Relikt. Mein lieben Homies, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, meine lieben Homies.